Hallo, ich bin der Litt von Kaffee Kognitiv. Wir verkaufen hochwertigen Fairtrade Kaffee aus Ruana. Und das ist meine Kollegin Eugenie von Uwashos. Hallo, mein Name ist Eugenie Mkandanga. Ich bin hier in Uwashos als Kult-Control-Manager. Ich bin jetzt Kaffee Kognitiv. Das bedeutet, ich weiß, dass ich alles in Kult-Control hier in Uwashos kenne. Wenn unser Kaffee verarbeitet wird, sieht das zum Beispiel so aus. Oder so. Oder so. Oder auch so. Und natürlich auch so. Denn unser Kaffee wird nicht nur in Ruanda angebaut, sondern auch hier in Uwashosko geröstet und verpackt. Damit zeigen wir, dass es möglich ist, die Wertschöpfung aus dem Produktionsprozess ganz im Anbauland zu belassen und so die lokale Wirtschaft zu unterstützen. Da nicht nur die Anbaubedingungen unserer Partner-Kooperative Fairtrade zertifiziert sind, sondern auch die Rösterei nennen wir das ganze Fairchain. Wir unterstützen die Petition von Fairtrade Deutschland. Denn ohne diese 2,19 Euro Kaffeesteuer ist es den Bauern und Bäuerinnen aus Ruanda möglich, mit der konventionellen Kaffeeindustrie mitzuhalten und so Pferden Kaffeegenuss aus der Nische zu holen. Wir fordern Neuferranden Feuer, eine bessere Wirt und die bessere Kaffeegenuss. Ja! Neuferranden!